Hallo, hier ist der Herr Mimombaraka, geborener Schmidt, der sich nicht ins Boxhorn jagen lässt und der den He dann jetzt auch Widerstand leistet, mehr denn je. Und dank meinem Rückhalt, den ich jetzt authentisch genieße, brechen jetzt dunkle Zeiten für euch an, wenn ihr euch weiter auf mich einschießt, auch virtuell. Das geht böse aus hier im Jahr 2019 für viele von euch und auch für eure Familien. Und es ist mir scheißegal, ob ihr Minderjährige seid, ja, Kiddies, Teenies, junge Erwachsene oder auch vermeintlich reifere Personen. Ihr kriegt schon euren Lohn, ja, für euren Frevel an mir und meinem Leben und mich beleidigen und demütigen und hier verfolgen virtuell. Ich mach euch rund. So und heute stelle ich euch das geile Syndicate vor, später in ein paar Stunden oder auch im Wald. Ein sehr gutes Jaguar-Spiel. Ich lese mal, auch ein Award-PC-Winning-Game. Ich lese euch mal den Klappentext auf Englisch vor, ja. A rival Syndicate has gained full control of the population via a mind-altering technodrug known as the ship. You are an ambitious executive in the Syndicate, handpicked to lead a team of ship-induced cyborg mercenaries, on a quest to infiltrate and seize opposing Syndicate territories. Your mission? Assassinate, pillage, destroy, do whatever it takes to bring down competing agents, before they unleash their bloody assault on you. The original award-winning PC smash, brought to life with 64-bit power. Point-and-click interface puts you in the hunt immediately. More than 50 completely new missions. You've got a complete arsenal, including the infamous Persua de Tron. Battle for supremacy in 50 different Syndicate territories from Mongolia to California. Ja, das wird schön. Später mehr.